Jetzt über die Karnevatstage ist immer ein bisschen getrunken worden, aber jetzt ist erst Schluss, bis Ostern. Ein bisschen weniger Alkohol und mehr Mineralwasser. Das geht auf jeden Fall. Du musst vorher gut frühstücken, gut essen und das alles. Und viel Wasser trinken, zwei Liter Wasser. Okay? Sagen wir mal, ich mache es eingeschränkt, weniger Süßigkeiten und nur ganz selten Alkohol. Das ist ja dann auch schon Fasten. Das, was man mag, was man besonders mag, nicht essen, weil ich finde, das ist dann Fasten. Bei mir ist es zum Beispiel Schokolade. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht durchhalten, so lange. Es geht auch ohne und ich glaube, so schlimm ist das nicht für die kurze Zeit. Das tut dem Körper gut. Man merkt es. Auf Süßigkeiten verzichten wir und auf Facebook. Das haben wir uns vorgenommen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, aber ich meine, also nicht jeder kann auf das Smartphone verzichten. Nicht jeder. Sag ich ehrlich. Ich sage, ich will es. Dann klappt es auch. Also wenn ich an ich glaube, dann geht's. Also ich habe wirklich festgestellt, wenn ich das mit anderen mache, funktioniert es besser, wie wenn ich es alleine versuche. Ja, man sollte mehr auf andere Leute achten, denke ich, in der Zeit und auch mehr teilen. Vielen Dank. Vielen Dank.